Und als letztes gehe ich dann natürlich auf die Axt, ich weiß glaube ich gar nicht wie die heißt, ich glaube auf die flessige Hydra genau. Das war ein Fail. So, mitkommen, auf die Fresse kriegen und oh mein Gott. Ihr seid der Angeschmierte. Fuck. Das war, damit habe ich nicht gerechnet, dass der jetzt auch noch um die Axt kommt. Hm, das war jetzt echt uncool. Damit habe ich nicht gerechnet. So, da habe ich schon mal die 25% extra Angriff. Oh, bleib im Blatt. Das war nicht indigent aus den Tower rauszugehen. Komm mal schnell her. Kommt, komm, 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 komm. Wenn er jetzt da drin im Wald bleibt, dann habe ich sogar noch die Chance, ihm ordentlich auf die Fresse zu kloppen. Stimmt, ich habe vergessen hier mein Zeug wegzumachen. Ihr seid der Angeschmierte. Das ist natürlich doof, ne? Wiggy ist immer noch da oben. Das wird ein Spaß. Na wunderbärchen. Da haben wir das auch geklärt. Los geht's. So. Dann haben wir jetzt eins versus eins. Eine Yi hat, glaube ich, noch gar keinen Kill, oder? Yi hat keinen Kill. So. Gehen wir zurück und holen uns nochmal das Ding hier und das zweite davon. ein kleines Stückchen mehr. Und haben jetzt auch eine ordentliche Lebensregeneration, die hier vonstatten geht. Cover. Ich glaube, er kommt um die Ecke, holt sich den Blue. Oder ich gebe dem Blue mal, wenn er jetzt kommt. Kommt er? Ein Verbündeter wurde getötet. Dann halt nicht. Komm mit. Tja, dann halt nicht. Ein Gegner wurde getötet. Was ich immer wieder gerne mache, ich vergesse währenddessen irgendwann mal weiter zu schauen. Und sonst werde ich mir nämlich hier mal den Fluss zuwarpen. Weil ich jetzt hier das Vieh mir hole. Das wird ein Spann. So, mitkommen. Swing. Dann komm mit. Passiert. 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 So, wunderschön. Jetzt seh das auch, wieviel Leben der noch hat. So, nice. Ich habe meinen Dragon gekillt und ich bin gleich Level 9 und das gleiche ändere ich jetzt mal, nehme ich da einen kleinen Minijako hinsetze und dann geht's los. Ja, was ist, hast du Probleme mit mir? Ja, was ist? Ja, noch nicht Level 10, aber gleich. Wolle ich mir kurz bei den Farm hier unten, der Dings macht das eh nicht. So, einmal ein bisschen Farm hier. So, die Dings sind wieder da, gut, dann haue ich ab. Ist ja blöd. Oh, oh. Ach, Mist. Lass mich echt noch bekommen. Schade, schade, schade. Das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn ich das mal überlebt hätte. Ja, den zweiten darf er noch. Aber ich glaube, der hat gut Leben weg. Ne, der hat gar nichts weg bekommen. 9, ach, das hängen auch beide Level zurück. Das ist genau dieselbe Konstellation, aber die anderen sind halt besser, ne? 2, ja, da muss ich echt mal helfen. Hier seid ihr angeschmiertet. Ach du Scheiße, ging hier los. Ach du, ach du immer, ach du meine Güte. Ein Gegner wurde getötet. 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 Maschieren, maschieren, maschieren. Sehr schön gut, dass der wenigstens down gegangen. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich... Hier mal was mache. Nice. Genau so will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Hihihi. Hast du dir so gedacht, he? Meister hier. So. Wir holen uns den Beamer. Komm hier, los. Ah, der geht da durch. Nee, ich lasse es lieber eigentlich nicht down. Äh, bis bei euch geht es dann. Boah. Alter. Da bin ich nicht da noch dauernd. Ja, nice. Und die die Maul auch dauernd. Komm hier. Ja, nicht weg, dann. Ja, ja, genau. Super. GG, Leute. Das war ein super. Das. So möchte man Aktionen sehen. Da muss ich die Stiefel noch schnell. Und da habe ich jetzt schon 200 Angriff. Das ist doch ganz okay. Plus meine... Ah, siehst du. Ich hätte vielleicht die... Zwei aktivieren können. Ihr müsst mal unten mitzugucken. Hier unten so... Äh, wann ich deaktiviere. Also wenn ihr... Irgendwelche Effekte nicht ganz versteht. Wenn ich zum Beispiel einen zweiten Warp setze. Oder wir. Der kann zum Beispiel einen zweiten Warp setzen. Aber ich bemerke auch gerade, dass ich noch gar nicht... Oh, 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 oh. Ich werde weggehen. Ich werde weggehen. Ich werde weggehen. Nein. Ist der Blue wieder da? Ja. Theoretisch gesehen müsste jetzt auch alles... Hier... Genau. Dann geht der down. Oh. Verkackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Hier muss irgendwo die andere noch sein, oder? Hm. Na okay, gut. Ein kleines Stückchen näher. Hier sind wir noch kein Dragon. Okay, dann gucken wir mal, ob ich hier mit Red Buff holen kann hier. Ne, da ist nichts mehr. Auch hier sieht man. Das heißt, er war gerade hier. Das heißt, er sitzt wahrscheinlich beim Blue Buff gerade. Ein kleines Stückchen näher. Was? Ist der nicht gestorben, der Timo? Ich hätte ihn getötet. Was? Ja. 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 Ist ja, wo wir hier. Der Timo. Der Timo. Sehr nice. Genau so meine Freunde, genau so. Leute, ihr müsst schon mit angreifen. Ja, los, komm, 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 komm. Oh Leute, rennt da nicht immer alle weg. Ja, Blitzkrieg stirbt hierzu, das war dumm. Okay, gut, hol' ich mir gleich mal die, hol' ich mir die, oder nehm' ich mir lieber aus, die Schuhe, ähm, ich glaub' ich hol' mir diesmal aus, ich hol' mir das hier und dann hol' ich mir dabei mit, gleich das hier, genau, da hab' ich normale Schuhe, die Bonusschuhe durch die Spielern, hab' schon mal ein bisschen mehr Angriff wieder. So, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme mal von oben, komm schon, so. Gut, schade, hab' ich keine Hilfe bekommen, aber okay. So, hat der auch noch mal ordentlich drauf gekriegt. Die Pilze gehen mir ein bisschen auf die Ketten. Oh mein Gott. Da hilft aber auch keiner mit, ne. Ja, so, Blitz, Fragezeichen. Die machen da nicht mit, ne, statt da einfach mit reinrennen. Nur, die warten, bis die Gegner sich da wieder aufrappeln und dann greifen sie an. Und dann merken so, oh, wir verlieren doch, oh. Solche Leute, da ist sie gern im Team. Dann hab' ich euch die Tasten 6 und 7 nicht belegt, das frag' ich mich immer noch. Entfassel, du wilde Fackel. 19 H, ach, da oben steht's ja, 19 hab' ich ja, das war. Immer mal große Monster wieder killen. Na, komm. Und meine Laufgeschwindigkeit ist abnormal geil gerade. Wo ist der Monster killen? So, down. Jetzt sind wir bei 20. Oh. Eins. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. So, dann hier noch der hier noch kurz. Sehr schön. Ah, scheiße. Ich dachte, es reicht zum rüber springen, aber es war nicht ausreichend. Vier Stück für mich noch. Hoffentlich hat der Gegner seinen Blutbuff noch nicht geholt. Jawoll, hat er noch nicht geholt. So will ich das sehen, so will ich das sehen. Das wird nichts. Autsch.